Wir sehen Robert Wong ein drittes Mal, damit bricht er heute glaube ich alle Rekorde, denn Robert macht nicht nur Vertrieb für Vestac, sondern auch für Stanton und auch Stanton hat ein neues Produkt mitgebracht zur Musikmesse 2012. Genau, Stanton hat hier eine neue Konsole rausgebracht und zwar nennt sie sich DJ C4, ist eher so an den Einsteiger, fortgeschrittenen DJ gerichtet. Eine kompakte Konsole, auf der Jobbreeds verbaut sind im Zweikanalformat. Man hat hier eine reguläre Effektsektion pro Deck, eine Loop-Sektion und auch für Hot Cues und Sampler sind Tasten angebracht. Ja, es ist eigentlich Standard, man kann das auch für vier Decks benutzen, aber in dem Fall halt mit Umschalter. Und ja, wenn man sich das so ein bisschen genauer anschaut, das sind eigentlich alle Funktionen vorhanden, die man sonst von der Konsole kennt. Die normale Transportsektion, austauschbarer Crossfader, man kann die Jockwheels in der Empfindlichkeit einstellen pro Deck. Es gibt noch eine Besonderheit auf der Rückseite, man hat auch analoge Inputs hier. Die müssen aber durch die Software geroutet werden. Ansonsten ist das eine reguläre Konsole, die mit Virtual DJ ausgeliefert wird, ist sofort gemappt. Wir haben jetzt hier halt die Pro-Version drauf, um zu zeigen, wie es dann noch aussehen kann. Ja, und das ist halt Plug and Play. Man steckt das Ding an und kann eigentlich direkt loslegen. Wann wird das Gerät auf den Markt kommen und wie viel soll es kosten? Voraussichtlich jetzt im Sommer, schätzungsweise Juni, Juli und wird circa um die 370 Euro kosten. Vielen Dank Robert für die Produktvorstellung.